Servus, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FANNERCRAFT 2 Mit dabei, 580 Wiedern und Leiner Wuff Yeah, hallo! Ja, Wiedern hat eine Bestellung aufgegeben, ich soll diesen Maker bauen Was steht da? Wie viel braun? Ich brauche nur ein einziges, ich muss ja wissen was das ist Es sei denn, ich mache ihn kaputt So wie diese Das sind die Hoffen wir, ich brauche nur ein So, in der Zeit, wo Yoshi das macht, mache ich diesen Pulverizer Elite nochmal neu Wir haben jetzt alle so doll upgedatet Dass die wahrscheinlich schnell die Kiste füllen und dementsprechend nicht mal weiter produzieren Ja, du bitte, die Maschine kann ich denn nicht bauen, weil wir haben kein Rehgarn Ähm, wie kriegt man den? Reh? Ja genau, wie kriegt man den? Ja, aber wie bekommt man die? Monster Loot? Ich weiß nicht woher Ähm, Animal Ja, was? Wo kriegt man Red Gem? Red Gem? Red Gem vom Erebus Erebus Das klingt wie ein Held aus äh 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 Herr der Ringe Ja Äh 2.119 hier Da die roten Dinger Da die roten Dinger Wunder pro ein Erz Gut Jetzt wissen wir, dass es ein Erz ist Ich hab nicht, dass wir das so finden, wir sind die Quere das schon nicht gefunden Ja, vielleicht Äh, warte mal, Airbus war doch eine eigene Dimension Wenn ich... Ahhhh Stimmt, da war ja was, ja Das hätten wir von der einen Dimension, wo der plötzlich hier tot Ah, das ist nicht diese... ...Pora-Spawn-Dimension Airbus ist eine eigene Dimension Welt Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Das wirst du nicht, aber ich hab noch nie was zum tun gehabt Wie kommen wir da hin? Lein Ja Ich hab Slash Kill einzugeben Hehehe, nein Bitte nicht Mich Anreicherungskammer Ist auch heute Die letzten paar Tage ziemlich nett Wahrheit ist Slashy auch blond Ist er nicht Ist er's Ist er's? Ist er's? Ist er nicht Ist nichts mehr zu reden Anreicherungskammer So, jetzt Äh Leck... 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 Stabieren, wenn man den Airbus schreibt Ja, ein Moment Er, schätze ich mal Er... E... Und ein Bus Da fährt ein Unibus Ah, okay Danke Bus Da fährt ein Unibus Wollen wir aufpassen Ehm... Wand auf Präsentation Steps Ja jetzt Mein Gott Irgendwie muss das sich Alter verbaut Haben wir keine Basis mehr Basis? Was von Basis? Basis... Ähm... Ach ne, warte kurz Ich stell hier schnell her So, Redstone und... Okay Osminium Das tut mir leid, wenn ihr Wurf abgehört... abgehakt hört bei mir Weil eben wie haben wir ein kleines Problem mit ihrem Headset Wobei, das Problem hast nur du mit mir Na Er hat gesagt, ich bin leise und nicht, dass ich abkackt bin Ja, leise wie sowieso, das fragen wir eh warum Er sagt, ich weiß es nicht Mein Headset kann nichts dafür, aber ich hör mich jetzt selber durch mein Headset Ich geh dir ganz normal Ja Headset macht keine Probleme Ja Hm, das ist eine schwierige Möglichkeit Und, wie kommen wir jetzt in die Bus-Landschaft? Jetzt noch zehnmal, Frogs Hehehehe Ich will im Bus Ist da nicht ein Bus? Ist das etwas komplizierter, ich nehme? Weiß es nicht, ich finde ja nicht das Portal dafür Achso, okay, achso, und noch komplizierter Eigene Dimension, schätze ich mal Ah, nee Mein eigenes Biom, weil das ist schon längst gefunden Bambusleiter, okay Offener Altar, okay Mal was ist ein offener Altar? Achso, das wollte ich doch jetzt machen Und? Einstand der Dimension Offen Ah Der ist nicht Komm, wir mal kurz reden Ja, das sind spezielle Erze Wo man kurz war Scheiße, habe ich auch schon mitbekommen Eigenes Ding Gitterbau eine Query Kann sein, dass wir hier alle drei auf einem Block stehen müssen Okay, auf vier Ne, Animal, das war jetzt nicht böse gemeint Animal, das war nicht böse gemeint Alles gut Jetzt stimmt ich hier auf einem Quadratmeter Ich rüber, mein Haus Na, das war doch nicht böse gemeint Er soll der Zicke Du bist ne Zicke Ich bin die Zicke Hey Hey Du bist die Zicke Na, du bist sie Ich bin die Zicke Und der Preis der goldene Zicke geht an den River Näh Hähähähähähähäh Äh, haben wir keine Der Wüffer gewinnt zum dritten Mal die goldene Zicke Hätten eine Standard Query War das nicht das Projekt wo es keine Standard Query gab? Der Professor ja es gab nur die in der query beschäftigt und die in der query ja wie wir jetzt mit der drüben abbauen ans markt ob sie dann bräuchte neue ja okay und sag ich doch das kann man einfach darauf klatschen eine akku er hätte ihn haben es geht um es geht um es geht um und da war weg um bis jetzt opelgrün opelgrün das macht popelgrün ok allein erklärt nein ich kann den endersteinbruch nie bauen ich habe keinen bock drauf ein bock jetzt keine neue ok und ich habe jetzt irgendeinen starb ab macht wir haben die aber ganz weit weg vom haus und was macht er macht erfolgreich gar nichts erfolgreich gar nichts das ist auch schon mal eine gute aussage der macht erfolgreich gar nichts na gut wie weit ist es auch schon mal nicht wird schon mal den grün also ich hab diesen grün wie weit bist du ach du musst noch kilometerweit graben er hat er hat das ist blöd er hat das für dummies oder so was da das ist die eigentlich erste welt die man so finden sollte nicht die die wir gefunden haben so jetzt haben wir schon mal den haben wir jetzt den fortgeschrittenen fortgeschrittenen genau was ich ja gut in der steinbruch das steinbruch da brauche ich das da ja dann gucke ich habe es kommt dazu ist jedes mal überraschend ja bis sicher keine vertraut wird man jemand vertraute bücher ja warte kommt ja okay gut ich möchte ich mach wo ich suchen sollte da das ist damit das aber dafür bräuchten okay 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 so jetzt sind wir schon wieder durch der opel ich aber wer ich war ciao 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 ciao